willkommen zu einer neuen folge auf meinem kanal wir spielen heute hier minecraft wieder das ist eine kurze folge weil wir misst gebaut also ihr seht schon mal zeigt mich mal statt die folge da habe ich auch aussehen von meiner schwester in den namen gesagt hier dass sie fertiggestellt so wird nämlich die folge zu tun ja ich war ein haus sieht scheiße aus bis jetzt ja leute ich erzähle die felix sie ist nina hallo hallo leute ich bin nina also wir haben uns jetzt einfach jetzt namen ausgedacht weil jetzt so und so in der nächsten folge tun wir jetzt ist jetzt mal eine kurze weil wir aussehen unsere echten namen gesagt haben und hier werde ich auf jeden fall die wände hier hochziehen und dann einmal hier noch die tore machen das kommt dann in die nächste folge dran wie gesagt eine etwas kürzere folge vergesst keinen wenn ihr noch mehr von diesen von mycraft stadt sehen wollt lasst einen like da und einen daumen nach oben also einen daumen nach oben da wenn ihr noch mehr von diesen folgen sehen wollt und schaut bitte noch in die kommentare wie die stadt heißen soll ja ja ich würde sagen die joh 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 und sagen ja joh 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 my chest da ist wirklich schlimm also die joh 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 ja also dass ich sagen meine reine hätte